Heute haben wir einen Höhepunkt der Serie der Projekt 25 zu unserem Jubiläum. Wir haben heute das Frühstück mit unserer Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und wir konnten jetzt mit der Landeshauptfrau ein sehr gemütliches Frühstück erleben mit 25 Studierenden aus 17 Studiengängen, die ihre Fragen an die Frau Landeshauptfrau stellen durften. Also ich habe es sehr angenehm empfunden. Es war wirklich eine sehr spezielle Atmosphäre. Man hat gemerkt, man hat gar nicht dieses Feeling gehabt, dass man da doch mit einem wichtigen Politiker spricht, sondern dass es wirklich ein bisschen so Mensch zu Mensch war. Also das war ganz toll. Es ist natürlich spannend, immer einen Menschen so hinter den Kulissen, weil man kennt halt die Leute vom Fernsehen und von irgendwelchen Interviews und da mal ein bisschen Hautnaßen, weil eben schon ganz cool. Dann kann man sich auch mehr ein Bild machen von den Politikern und richtig coole Idee auch.